an seinen Armen gewiegt und weinend zu dem konsternierten und verspätete Entschuldigungen stammelnden Ortspolizisten hingebrüht hatte. »Nein! Oh Gott! Großer Gott! Nicht noch einmal!« Erstes Kapitel November 1989 Der Winter war in diesem Jahr früh gekommen. Bereits Ende des Monats fegten die ersten Vorboten, getragen von einem bitterkalten Wind aus den Steppen im Nordosten, über die Dächer, um Moskaus Widerstandskraft zu prüfen. Das Hauptquartier des sowjetischen Generalstabs befand sich in der Uliza Frunze, ein graues Steingebäude aus den Dreißigerjahren, vis-à-vis seiner Dependance, einem viel moderneren, achtstöckigen Hochhaus auf der anderen Straßenseite. In der obersten Etage des alten Baus stand der sowjetische Generalstabschef am Fenster. Er starrte hinaus in das eisige Schneetreiben, und seine Stimmung war so trübe wie der nahende Winter. Marschall Ivan K. Koslow war 67, zwei Jahre über das vorgeschriebene Pensionsalter hinaus, doch in der Sowjetunion hielten, wie überall sonst auch, diejenigen, die die Vorschriften erfanden, den Gedanken für abwegig, dass diese auch für sie selbst gelten sollten. Zu Beginn des Jahres hatte er, zur allgemeinen Überraschung, in der Militärhierarchie den altgedienten Marschall Akhrameyev abgelöst. Die beiden Männer waren so verschieden wie Tag und Nacht. Akhrameyev war ein kleiner, stockdürrer Intellektueller gewesen, Koslow hingegen ein gutmütig derber, weißhaariger Riese, ein Soldat vom Scheitel bis zur Sohle, Sohn, Enkel und Neffe von Soldaten. Obwohl vor seiner Beförderung nur der dritte unter den ersten stellvertretenden Generalstabschefs, hatte er die beiden Ranghöheren vor ihm übersprungen, und diese waren ohne Aufsehen in Pension gegangen. Niemand hatte den geringsten Zweifel, warum er an die Spitze gelangt war. Von 1987 bis 1989 hatte er unauffällig und sachverständig den Abzug der sowjetischen Truppen aus Afghanistan geleitet. Ein Unternehmen ohne Skandale, ohne größere Niederlagen und, vor allem, ohne nationalen Gesichtsverlust. Obwohl die Wölfe Alas den ganzen Weg bis zum Salangpass nach den Fersen der Russen geschnappt hatten. Die Operation hatte ihm in Moskau hohes Ansehen verschafft und den Generalsekretär persönlich auf ihn aufmerksam werden lassen. Doch während er seine Pflicht getan und sich den Marschallstab verdient hatte, tat er einen geheimen Schwur. Nie wieder würde er einen Rückzug seiner geliebten russischen Armee kommandieren, denn trotz der aufwändigen Public-Relation-Kampagne war das Unternehmen Afghanistan eine Niederlage gewesen. Eine weitere drohende Niederlage war der Grund seiner düsteren Stimmung, als er durch die Doppelglas-Scheibe hinausstarrte auf die winzigen Eispartikel, die in Abständen am Fenster vorüberstoben. Der auf seinem Schreibtisch liegende Bericht, in seinem Auftrag verfasst von einem der aufgewecktesten seiner Schützlinge, einem jungen Generalmajor, den er aus Kabul mitgebracht und in den Generalstab aufgenommen hatte, war schuld an seiner schlechten Laune. Kaminski war ein Akademiker, ein tiefschürfender Denker und zugleich ein Organisationsgenie, weswegen ihm der Marschall den zweithöchsten Posten im Bereich Logistik zugeteilt hatte. Wie alle Offiziere mit Fronterfahrung wusste Koslow besser als die meisten anderen, dass Schlachten nicht durch Mut oder opferbereiten Einsatz oder auch nur von intelligenten Generälen gewonnen werden. Sie werden gewonnen, wenn das richtige Gerät zur richtigen Zeit am richtigen Ort und obendrein in ausreichender Menge zur Verfügung steht. Er erinnerte sich mit Bitterkeit an seine Erlebnisse als 19-jähriger Panzergrenadier, als die hervorragend ausgerüsteten deutschen Truppen die Verteidigungsstellungen des Mutterlandes niedergewalzt hatten, während die Rote Armee, durch die stalinistischen Säuberungen ausgeblutet und mit Ladenhütern ausgerüstet, den Vormarsch aufzuhalten versuchte. Sein eigener Vater war bei dem Versuch gefallen, eine unhaltbare Stellung bei Smolensk zu verteidigen und mit Repetiergewähren die vorwärts donnernden Panzerregimenter Guderians aufzuhalten. Das nächste Mal, so schwor er sich, werden wir über die richtige Ausrüstung verfügen, und zwar in reichlichem Maße. Diesem Ziel hatte er einen großen Teil seiner Karriere gewidmet, und nun unterstanden ihm die fünf Waffengattungen der Sowjetunion, die Armee, die Kriegsmarine, die Luftwaffe, die strategischen Raketenstreitkräfte und die Luftverteidigung. Und sie alle waren, wie er dem 300 Seiten umfassenden Bericht auf seinem Schreibtisch entnehmen musste, von einer Niederlage bedroht. Er hatte ihn bereits zweimal gelesen, nachts in seiner spartanisch eingerichteten Wohnung abseits des Kutuzows Prospekts und dann noch einmal an diesem Vormittag in seinem Dienstzimmer, wo er um sieben Uhr eingetroffen war und gleich den Telefonhörer neben den Apparat gelegt hatte, um nicht gestört zu werden. Nun trat er vom Fenster weg, ging zu dem breiten Schreibtisch am Ende des hufeisenförmigen Konferenztisches und nahm sich noch einmal die letzten Seiten des Konvoluts vor. Zusammenfassung Es geht also nicht darum, dass nach den Voraussagen in den nächsten 20 oder 30 Jahren die Erdölvorräte dieses Planeten zur Neige gehen werden, sondern darum, dass die Ressourcen der Sowjetunion in den nächsten sieben oder acht Jahren mit Sicherheit erschöpft sind. Der Schlüssel zu diesem Faktum findet sich in der Tabelle der nachgewiesenen Reserven weiter vorne in diesem Bericht und insbesondere in der mit RP-Verhältnis bezeichneten Zahlenreihe. Das Verhältnis von Reserven zu Produktion ergibt sich, wenn man die Jahresproduktion eines ölfördernden Landes nimmt und dessen bekannte Reserven durch diese Zahl dividiert, in der Regel ausgedrückt in Milliarden Barrel. Die Zahlen vom Jahresende 1985, leider handelt es sich um westliche Zahlenangaben, da wir uns trotz meiner engen Kontakte zur Ölindustrie noch immer auf Informationen aus dem Westen stützen müssen, wenn wir uns darüber Klarheit verschaffen wollen, was in Sibirien vor sich geht, zeigen, dass wir in diesem Jahr 4,4 Milliarden Barrel Rohöl gefördert haben, was bedeutet, dass wir bei gleichbleibender Produktion weitere 14 Jahre fördern können. Aber das ist eine allzu optimistische Annahme, da wir seither unsere Produktion und damit den Abbau der Erdölvorräte steigern mussten. Heute verfügen wir nur noch über Reserven für 7 bis 8 Jahre. Die Bedarfssteigerung hat zwei Gründe. Der eine liegt in der anwachsenden Industrieproduktion, namentlich auf dem Verbrauchsgütersektor, wie sie vom Politbüro seit der Einführung der neuen Wirtschaftsreformen gefordert wird. Der andere in der Ineffizienz dieser Industriezweige, nicht nur der traditionellen, sondern auch der neuen. Unsere Fertigungsindustrie krankt an einer gewaltigen Ineffizienz im Energieeinsatz. Und dazu kommt in zahlreichen Fällen noch der Verstärkungseffekt durch eine veraltete maschinelle Ausstattung. Beispielsweise hat ein russisches Auto das dreifache Gewicht eines amerikanischen Pendants, nicht nur wegen unserer strengen Winter, wie offiziell behauptet wird, sondern weil unsere Stahlwerke nicht genügend Feinblech produzieren können. Mithin wird für die Fertigung des Wagens ein höherer Prozentsatz des aus Erdöl gewonnenen Stroms gebraucht als im Westen und zudem verbraucht der Wagen, wenn er erst in den Verkehr gelangt, ist noch mehr Benzin. Alternativen Kernkraftwerke produzieren 11% der in der UdSSR erzeugten Elektrizität und unsere Planer hatten damit gerechnet, dass bis zum Jahr 2000 20% oder mehr von Reaktoren produziert wird. Bis Tschernobyl. Leider wurden 40% unseres Atomstroms von Werken des gleichen Typs wie dem in Tschernobyl erzeugt. Seither sind die meisten davon wegen technischer Veränderungen stillgelegt worden. In Wirklichkeit ist es äußerst unwahrscheinlich, dass sie wieder in Betrieb gehen werden. Und der geplante Bau weiterer Anlagen wurde gestrichen. Ergebnis? Unsere Stromerzeugung durch Kernkraftwerke hat keinen zweistelligen Prozentanteil erreicht, sondern ist auf 7% gesunken und sinkt weiter. Wir verfügen über die größten Erdgasreserven auf der Welt, doch leider befinden sich die Gasvorkommen hauptsächlich in Sibirien mit seinen extremen Witterungsbedingungen und es ist nicht damit getan, das Gas einfach aus dem Boden zu holen. Wir brauchen, haben aber nicht, eine gewaltige Infrastruktur aus Pipelines und Verteilungsnetzen, um es aus Sibirien in unsere Städte, Fabriken und Kraftwerke zu transportieren. Sie werden sich vielleicht daran erinnern, dass wir in den frühen 70er Jahren, als nach dem Yom Kippur-Krieg die Ölpreise in schwindelerregende Höhen getrieben wurden, das Angebot machten, Westeuropa langfristig mit Erdgas zu versorgen. Mithilfe der Vorfinanzierung für den Bau der Rohrleitungen, die uns die Europäer zugesagt hatten, wäre es möglich gewesen, das notwendige Verteilungsnetz einzurichten. Doch da Amerika davon keine Vorteile gehabt hätte, torpedierten die USA diese Initiative mit der Androhung verschiedenster Wirtschaftssanktionen gegen jedes Land, das mit uns kooperieren würde. Damit war das Projekt gestorben. Heute, nach dem Einsetzen des sogenannten Tauwetters, wäre ein solches Vorhaben vielleicht politisch durchzusetzen. Doch im Augenblick sind die Ölpreise im Westen niedrig und unser Erdgas wird nicht gebraucht. Bis der weltweite Rückgang der Erdölförderung im Westen den Preis abermals auf eine Höhe getrieben hat, die unser Erdgas wieder interessant macht, ist es für die UdSSR viel zu spät. Somit ist keine der beiden denkbaren Alternativen von praktischer Bedeutung. Erdgas und Kernenergie werden unsere Probleme nicht lösen. Unsere Industrie, wie auch die unserer Partner, die in ihrer Energieversorgung von uns abhängig sind, ist untrennbar mit Brenn- und industriellen Grundstoffen auf Erdölbasis verbunden. Erdgas und Kernenergie Erdgas und Kernenergie